Ich glaube, das ist auch Eisen. Ach, da geht's runter. Ich dachte, da wäre einfach ein Loch. Was ist denn das eigentlich? Das müsste doch auch alles Eisen sein. Ach nee, das ist Silber. Okay. Ja, geil. So, dann heben wir das doch mal alles auf. So, und hier ist dann erstmal, hier geht's dann erstmal nicht weiter, was wahrscheinlich bedeutet, dass ich hier irgendwo eine Brücke oder so hinstellen muss. Höchstwahrscheinlich. Gut. Ja, ja, ich hab's verstanden. Und da geht's weiter. Und da geht's weiter. Okay, ich geh jetzt aber trotzdem erstmal wieder nach oben, weil ich dort in dieser einen Ecke da gucken möchte, was da noch kommt, bevor ich da unten Dinge erkunde. Aber Silber ist schon mal ist schon mal ziemlich geil. So, hier gibt's noch mehr Stuff. Das dürfte hier dann wieder Eisen sein. Ist echt spannend. So, da geht's ja nicht weiter, ne? Geht's hier unten weiter? Auch nicht. Okay, sehr gut. Dann hab ich hier oben also doch alles erkundet. Ich möchte jetzt nur noch wissen... Okay, dafür ist die Spitzhacke noch nicht gut genug. Gut. Dann muss ich da... die Treppe runter und dort... dort weitermachen. Wo war'n das? Hier. So, warte mal. Jetzt wollen wir doch erstmal ins Inventar gucken, wie viel Platz ich noch hab'. Ich hab' noch einen Platz. Aber auch noch zwei Laternen. Also wenn ich die Laternen ausgegeben hab', hab' ich keinen Platz mehr. Äh, hab' ich zwei Plätze, mein' ich. Oh, es ist schon 23.20 Uhr. Okay, hier sind nur Steine. Okay. Das heißt, ich geh' jetzt... Ich geh' jetzt wieder aus der Mine raus. Und dann ins Bett. Und dann guck' ich mal... Direkt am nächsten Tag, ob sich hier was regeneriert hat an Stein. Das, ob ich das wieder abbauen kann. Oder ob der Weg dann so frei bleibt, wie er jetzt ist. Da bin ich echt gespannt. Das würd' ich echt gerne wissen. Das ist auch das erste Mal, dass ich das Spiel bei Nacht sehe. Aber irgendwie sind die Laternen gar nicht an. Versteh' ich gar nicht. Hab' ich vielleicht in den... Hab' ich das vielleicht in den Einstellungen verkackt? Nee, eigentlich nicht. Hm. Vielleicht muss es einfach noch später werden, dass die angehen. Oh. So, muah! Genau, also jetzt finden wir wie gesagt erstmal schnell raus. Achso, warte mal, was ist denn mit dem Haus hier? Ist das schon fertig? Ne, da wird immer noch kräftig gebaut. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh ja, okay, es ist geresettet. Gut, dann werde ich jetzt hier erstmal ausgiebig alles platt machen. Denn ich brauche ja auch Zeug für neue Laternen. Und bei mir, überall sind die Steine ja weg. Also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob die vielleicht über Nacht auch auf den Wiesen neu gespawnt sind, aber sind sie vermutlich nicht. Aber hier drinnen glücklicherweise schon. Werde ich hier mal dann gleich, wenn ich hier mit durch bin, wieder schön viele neue, schön viele neue Laternen bauen. Damit ich die Mine richtig, richtig erkunden kann. Guck mal hier, man kann hier anscheinend richtig viel stapeln. Ah, schön! Guck mal hier! Guck mal hier! Guck mal hier! Ich muss auf jeden Fall hier noch richtig viele Laternen hinstellen. Aber um hier durchzukommen, reicht's erstmal. Und vermutlich habe ich dann jetzt auch irgendwann dann bald die nächste Spitzhackenstufe freigeschaltet. Früher oder später. Ja, ich weiß, dass es zu dunkel ist. Heb doch bitte trotzdem auf, was da rumliegt. Nach Bronze kommt sicherlich die Spitzhackenstufe. Wahrscheinlich Silber. Also ist die nächste Spitzhackenstufe höchstwahrscheinlich Silber. Vermute ich. Das ist die Spitzhackenstufe. Vielen Dank.